Und damit herzlich willkommen im Spiel Predator Hunting Grounds Ja, also erstmal eins vorweg Dieses Spiel, ich habe noch nicht reingeschaut Aber dieses Spiel sieht vom Trailer her sehr blutig aus Das heißt, wer da irgendwie Probleme mit hat oder so Möge jetzt bitte abschalten Alle anderen dürfen natürlich gerne weiter gucken Ich werde jetzt erstmal die Musik rausnehmen Und werde soweit alles einstellen Weil ich natürlich nicht alleine spielen möchte Sondern ich werde versuchen, mich mit der Prude zu verbinden Wir hören uns gleich wieder Hervorzug des Teamwechsels Ich hoffe, es klickt euch nicht raus Ah, wir sind ein Team Wir sind ein Team Ja, 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 jetzt Nein, jetzt bist du aber der Predator Mike, kommst du auch und du Nein, nein Warum nicht? Okay, ich mache bereit Ach, muss man? Wie mache ich das denn? Achso, da unten Oh Gott Ja, sowas habe ich auch gerade gedacht Habe ich schon gesagt, dass ich keine Ahnung habe, wie ich mich überhaupt bewege oder schieße? Ach, bleib einfach stehen, du wirst schon getötet Der muss ich nicht immerhin Warten auf Spiegel Hinterherrennen Warten auf Spiegel Hä? Den Bruder des Hauptmanns finden Den Hauptmann zu dir locken Den Hauptmann und seine Wachen eliminieren Ey, wir sind doch die Guten Hallo? Wieso fehlt denn jetzt einer? Das ist der Clan Jetzt müssen wir noch Zwei brauchen wir noch, oder was? Jetzt bin ich aber nicht mehr Predator, oder was? Ich weiß nicht was Ich bin Jäger, ich will nicht Jäger sein Hä? Jetzt bin ich schon wieder Sturmsoldat Jetzt habe ich schon wieder die blöde Waffe Der Kontakt zu einem wichtigen Stargazer-Agenten ist abgerissen Zuletzt befand er sich unseren Infos zufolge in diesem Kalt Aber das ist wahrscheinlich ganz unzutritt nur Ihn hier zu suchen wäre reine Zeitverschwendung Also werden wir ihn dazu bringen, zu uns zu kommen Jeder hat Schwachpunkte Wir haben was gefunden, das ihm sehr am Herzen liegt Das müssen wir nur noch ausnutzen Wieso kann ich denn die Bewaffnung nicht ändern? Ich will nicht das blöde Gewehr haben Oh Gott Oh bin ich sexy Ihr seid tot Bist du der Predator, oder was? Ja Wir sind bloß zu zweit, mach keinen Schatz Das macht mir, ich bin alleine Wir sind Zwillinge Ich wollte gerade sagen, ich bin hässlich Ah, okay, mit einem Rädchen ändere ich die Da ist das Ziel, ja? Können wir uns irgendwie hocken? Auch nicht Ja toll Mit C, glaube ich Aha Ich spiele mit einem Playstation-Controller Das ist viel einfacher Irgendwann habe ich das Gefühl, ich werde verfolgt Ich glaube, ich kann dich auch abknallen Wir können es ja mal ausprobieren Oh, ich wollte schon schießen Ich dachte, das ist Prue Sie ist viel hässlicher Ja Obwohl, der weibliche Predator sieht sexy aus Ich habe keine Büste Ich bin nicht weiblich Wo seid ihr denn? Ich schneide gerade andere Leute ab Oh, der lebt noch Rechts ist einer, den wir töten müssen Hallo, bleibst du mal stehen? Oh, ich dachte gerade, ich habe dich jetzt erschöpfen Das ist der Predator, oder was? Nein, ich sehe euch nicht mal Ah, ich habe da meine Brutsicht Kann ich den von mir nicht treffen? Ja, um nachzuladen, okay Hä? Warst du das jetzt, Prue? Oder war das jetzt der Der, einer von denen hier Kann man hier nichts einsammeln? Der Bruder des Agenten bildet in seinem Lager Guerillakämpfer aus Spürt ihn auf und schaltet ihn aus Irgendeiner hat dich gerade angeschrien Ist eine sehr präzise Angabe, ne? Von wo die kommen Wo bist du? Ist er jetzt rübergesprungen? Die Schlüssel müssen hier sein Er kann sich schlecht mit dem einzigen Satz eingesperrt haben Oh man Wir müssen da irgendwas holen Irgendwo muss ein Schlüssel sein Ich befürchte, dass wir auf die roten Fässer hätten schießen können Ah, da hinten ist einer, den wir töten sollen Da geht der noch nicht mal Hallo? Hallo? Na komm, komm Nicht auf mich bitte, nicht auf mich Ja, ich wollte gerade sagen Ich gucke gerade weg Also damit Prue weiß, was ich hier mache Ich gucke gerade weg Und im nächsten Moment Kommt er Also ich drehe mich wieder rum Wie hast du das denn jetzt gemacht? Seit dieser Leute am Taten Wo ist der? Hä? Haben wir eigentlich unendlich eine Mission? Ach das bist du gar nicht Scheiße Ich habe mich schon gewundert Warum er jetzt auf mich feuert Aber Ist ein Erzchen gelaufen? Alle muss funktionieren Testet alle Wenn ihr ein Klicken hört Macht euch bereit Ich bezweifle, dass er unbewaffnet ist Hier ist irgendwas leuchtendes übrigens Äh, mit F Ah, ich habe irgendwas eingesammelt mit F Dann ist das der Schlüssel vielleicht Ne, hier Also sind so blau leuchtende Dinger Munition oder sowas Oh, ich habe Schlüssel gefunden Hier Kannst auch Sachen Ah, Munition Das dauert aber länger Bis man die rauskriegt Scheiße Keine Ahnung wo ihr seid Ich höre ihr nur Leute schwein Oh shit Ich muss mich nicht mehr Uh Warst du das? Oder hat der Potato hier gerade Was gemacht? So, jetzt bin ich zwar hier drin Aber was muss ich jetzt hier nehmen? Oh, ich habe das Green Shot gemacht Ne, ich habe ein Bild Kannst du es lesen? Lager hier Mit dem Bild vom Hauptmann gerade Hier ist auch noch was Was man nicht nehmen kann Kannst du das nehmen? Das glaube ich Ne, ich weiß es nicht Die ist schon wieder weg hier Da ist noch was Blaues Ich konnte es nehmen Ach, das sind Erfahrungspunkte Die Blauen Ah Warte mal Jetzt müssen wir hier am Computer Ich muss da mal kurz was eingeben Ich habe schon wieder vergesst Was wir eigentlich machen sollen Ich weiß nur Nummer 2 ist Wir müssen irgendjemanden ranlocken Mich Achso, das machen wir gerade Ich bin bereit Okay Aua Mann Das bin ich schon Bekriegt Uuuh Das ist ja Das ist ja Das ist ja so Das ist ja so lange nach Lohre Mann, wieviel kommen denn da von denen? Ja, vor allen Dingen Ich bin eben in die Hocke gegangen Aber der hält sich nicht in der Hocke Der hüpft hier irgendwie rum Aha Oh, shit Oh, ich war gerade lange Der Privator ist da Der Privator ist da Die ist irgendwo hier Scheiße Ja, ich merke es Ich habe keine Munition mehr Oh, das hat sich unsichtbar gemacht Glaub ich Oder ist gesprungen Ich weiß es nicht genau Du siehst aber scheiße aus Ich? Nee Komplett voll Blut Verdammte Scheiße Oh, fuck Ja Oh, shit Jetzt habe ich den Predator Ja, ich möchte gerade von 400 gleichzeitig beladen Gehe in die Deckung Äh Ob ich jetzt damit nach Hilfe oder nicht? Hallo? Feuerteam Mitglied gefallen Da ist noch einer Da ist noch einer Ach, du bist auch Ich bin im Kampf gefallen Scheiße Ich habe sie einmal Habe ich sie erwischt Aber Ich kann auch kriechen Warte mal Ich sehe dich Ich habe dein Bildschirm Kannst du dich heilen? Du kannst du Spritzen nehmen Und dann kannst du dich selber heilen Ja, aber wie? Unten mit, glaube ich, mit G Mit G hast du unten rechts Im Bildschirm hast du ähm Ne, jetzt steht er im Kampf gefallen Jetzt habe ich G gedrückt Und er steht im Kampf gefallen Danke Oha Ich glaube, der Predator hat mein Köpfchen Ja Der mag Shakespeare Ich bin im Moment für Nichtsein Ich habe einen Levelaufstieg Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe Aber ich habe einen Levelaufstieg Ich bin Level 7 Wie, du hast einen Kill gemacht Puh Ich? Ja Fünf Kills, glaube ich, oder? Ach, du hast ihn getillt, oder? Du hast ihn getillt, oder? Im Feuerteam hast du einen Also du hast mich wahrscheinlich getötet Ja, aber ich erkenne das nicht Wer ist Also ich weiß nicht, ob ihr eine KI seid Spielsitzung konnte nicht gestartet werden Ich prüfe deine Internetverbindung, bitte Aber ich sehe das nicht, ob ihr eine KI seid Oder ob ihr eben die seid, die ich ja nicht töten muss Das ist so die Schwierigkeit Jein, also du kannst niemanden bevorzugen Sagen wir es mal so Das ist ja eigentlich nicht schlecht Ja, das ist natürlich für euch eigentlich ein Vorteil Das heißt aber auch wiederum Man kann auch nicht zusammenarbeiten Damit man sich gegenseitig hochpushen kann Ja So, wenn ihr nun im Epic Store drin seid Dann klickt ihr hier oben auf Store Und dann könnt ihr hier auf eure Entdecken-Seite Dann scrollt ihr das Ganze ganz weit runter Weil das ist, ja, leider nicht ganz oben Boah, da war es gerade schon Halt Dann klickt ihr einmal auf Predator Hunting Grounds Ich weiß, da steht jetzt noch ein Kaufpreis drin Von 33 Euro Da scrollt ihr einfach komplett runter Und hier würde jetzt normalerweise stehen Dass ihr das Ganze als Trial runterladen könnt Also hier oben steht es ja auch Trial Version Die ist dann gratis Da klickt ihr dann einfach drauf Wenn es nicht sofort funktioniert Das hatte ich nämlich auch das Problem Dann ladet ihr das Ganze nochmal neu Weil bei mir stand, das ist in meinem Land nicht verfügbar Ich habe mich schon mega aufgeregt Und es ist aber verfügbar Es ist wohl irgendwie ein Verbindungsfehler Keine Ahnung, weil jetzt alle am Runterladen sind Und ladet das einfach nochmal neu Klickt hier nochmal drauf Dann müsst ihr irgendwas zustimmen Wie immer, jeder klickt drauf Keiner weiß, was da drin geschrieben ist Und dann könnt ihr auch in diesem Wochenende Ich glaube, es ist jetzt von Freitag bis Sonntag Also vom 27. Dann den 28. und den 29. Könnt ihr Achso, hier oben steht es ja auch gerade Genau, bis zum 29. Könnt ihr das Spiel dann kostenlos testen Ja, bis zum 30.